Die Schulbank drücken nicht ne Fitnessübung, oder? Ok, ich glaub, die spielen wie Reetards. Einer ist... Er hat schon den Headshot gefressen. Fuck, der andere ist auf dem Dach. Fuck, 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 fuck. Der andere ist am Spawn noch von denen. Und der hat nen Headshot gefressen. Ist weg. Kannst glaub ich planten, der andere müsste ultra low sein. Wem sollen die n Lust geschossen? Ich geh jetzt zu uns ins Haus und geh hoch. Mitte seh ich nichts. Ja, Mitte ist er jetzt... Er hat gemeint, er könnte hier einfach auf den Spot kacken. Das ist lächerlich. Hier wird nicht gekackt. Morgen bin ich aber wieder zapp, wegen der Miss... Keiner als 3. What? Kleiner als 3. Kleiner als 3. Das ist so ein kleiner Running-Gag, weil diese... Diese dänische Frau, oder was ist es? Dänisch? Ich weiß es nicht. Ähm... Die... Die spricht dieses... Dieses Herz, also dieses... Kleiner als 3, spricht sie... Kleiner als 3 aus. Oder irgendwie so. Kleiner als 3. Holländisch? Niederländisch? Niederländisch ist das. Niederlundisch? Nice, bro. Aber auch so ein bisschen... Ich bin gleich hinter dem. Chill, chill, chill. I gonna fuck him in die A. Ne, 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 ne. Berlin hat mal wieder sein Anti-Blockiersystem angeschaltet. Alles klar! Hörst du, ne? ABS und ESP an. Anti-Schlupf-Regelung. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Das ist auch noch ASR. Anti-Schlupf! 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 Schie! Oh, 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 oh! Der bollert mich auch, der Dreck! Der ist doch aus Dreck, oder wie? Woraus besteht der? Einer ist auf dem Dach. Nein! Ich hab den gleich. Der Dachspieler. Kann ich den bitte mal dort machen, den Kerl? Was ist das für ein Arschlo, oder? Der Dachspieler ist dauernd. Was ist das für ein Arschlo, oder? Die Schulbank drücken, nicht eine Fitnessübung, oder? Ja! Hallo! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Alter, das... Barit Bang einfach. Die Schulbank drücken, nicht nur Fitnessübung. Uuuuuh! Da ist Montag bei der Bombe! 61. Ja, die Fuse, die liegt... Nice. Das hat mich damals so weggefickt. Ich weiß noch, wir saßen bei dir und wir haben es uns 30 Mal angeguckt, und sie jedes Mal vom Stuhl gefallen haben, fast gekrotzt vor Lahren. Haben sie unseren Girls gezeigt, und die gucken uns einfach nur an, so von wegen... Das ist doch gar nicht witzig. So wie bei Stromberg. Ja, wie bei Stromberg. Hm, der Strom ist das Sinn. Ah! Obwohl, bei deiner geht's. Die findet's doch mittel... Weil die seine Dicke findet sie süß, gell? Ja, stimmt. Ja, den Dicken findet sie echt süß, ja. Das hier Lover. Ich weiß, er hat einfach keinen Namen, es ist einfach der Dicke. I'm throwing a grenade! AfD, alte Fickendumme. Exactly! Das klingt exactly nach dieser Partei. Ah! Er ist echt hinterm Holzhaus, dieses kleine Reutige. Beide sind dort, an dem Holzhaus. Das glaube ich dir natürlich. Ich nenn Beryl ab jetzt Geneviere. Hm. Heyo! Was passiert? Schon wieder ist irgendwas passiert. Ich muss kurz wieder die... Das war TypeyStream nicht angezeigt worden. Ich muss quasi die Seite kurz wissen. Wie siehst du eigentlich TypeyStream direkt? Ähm, ich hab das alles über die Browser-Sources ja in OBS und ich seh's einfach in OBS dann. Da lese ich dann diese Sachen. Ich hab die OBS so klein gezogen, weil ich nicht so viel Platz auf dem zweiten Moment habe. Und TypeyStream hat auch nochmal so ne... Sowas wie auch Streamlabs hat. Diese Seite, wo alles angezeigt wird. Diese Streamlabs. Äh, irgendwas. Weiß grad nicht wie's heißt. Ein Bot. Ein TypeyStream-Bot gibt's praktisch. Den hab ich mir auch runtergeladen. Dankeschön, Mr. Adrian. 1,50 Euro. Nochmal. Was sagst du? AddByWars. Ich darf donaten. Wie, wo und wieviel ich will. Dankeschön, Mr. Adrian. Die Unterhaltung wird ab jetzt. Ich werd den Chat ja aktivieren. Wenn ihr weiterhin chatten wollt, wird jetzt nur noch über Donations vollzogen. Ab 1,50 Euro seid ihr dabei. Ich bin übrigens bei denen am Spawn. Ich glaub bei dir... Oh! Einer ist im Haus. WTF? Echt oben? Ja, ja. Der ist bei uns mit Spawn. Nils Rickman. Hi, was geht's? Hallo, Nils Rickman. Und Hi, Blüter. Ist der Nachname? Rickman? Hallo, Mr. Rickman. Oh, die sind so falsch. Hey. I take it so fucking easy, man. Hey, dude. Hallo, Rickman. What the fuck is wrong with these guys, dude? They can't play... They can't even play if they tried it. You know? Oh fuck, D. Ich kann die droppen. Du doch berühm. Nein. Wie, ich kann... Echt jetzt nicht? Wirklich nicht? Wir spielen SG, ne? Endschmischtochter, aber. Hey, wie er wieder mit der EndsG spielt. Mit der EndsG. Oder mit der PopeG, wie er wieder spielt. Mit der PopeG, ne? Links is down. Alter, die spielen echt kacken schlecht, ne? What the fuck? Ey, was sind denn das für... Also, wenn das jetzt... Ja, wir kommen jetzt immer höher mit... Wir kommen immer höher mit der Elo und deswegen spielen die immer schlechter. Ja, stimmt. Was meinst du, wenn wir jetzt Volt Nova wären? Oder NBA 1, was was los wäre? Da hätten wir die Fresse aufgeschissen bekommen. Schon 300 Mal. 6-0 wird es jetzt dann für die Gegner stehen. Go, go, go. I'm throwing a grenade. Also, irgendwie... Oh, doch. Ist slow. Cheetah. Planning. Planning. Plan, bam. Du mit deinen fünf Häusern und vier Autos und so. Et Bayou Varus. So viele Autos und Häusern. Bayou Varus ist ultra reich. Bayou Varus ist eigentlich eine Gräfin. Eine Gräfin von... Ähm... Graf von Montecristos. Genau. Bayou ist ja sowas wie ein Graf, ne? Ist das nämlich Steffi ein Graf. Pass auf, ich rocke jetzt ultra reich. Echt bei uns in diesem Ficktenhaus? Nee. In dem kleinen Fickwursthaus. Oh no. Jetzt spielen die einen auf Arschloch. Weißt du, auf einmal spielen sie gut. Ja, ja, klar. Rapport im Laufen. Das ist der Easy-Katka-Clan. Easy-Katka. Stimmt. Das ist ja wirklich so, what the fuck. Sind die Chips frisch-ungarisch, die Boys, oder wie? Oh, ich hab' voll Hunger, man. Hast du Hunger auf die Chips? Nach dem Stream, geh mal. Mach es. Ja, das ist echt, man. Der ist on-spot. Die gehen direkt auf den Plant. Ich bin einfach... Alter, die sind so bad, ne? Das müssen echt, das müssen global sein, so schlecht wie die sind. What the fuck, babe? Weißt du, wir werden auch immer schlechter, wenn wir auf Franken schieben. Praktisch, das heißt, die Fuhr-Games sind immer beschissene. Echt? Ja, sorry, Leute, wir sind global. Wir können halt nicht mehr mithalten bei den Fuhr-Games. Das tut uns allein. Wir smurfen dann wieder auf global. Ich weiß noch. Ich weiß noch, damals die goldenen Seiten auf Gold. Das war... Da war ich noch gut. On-spot-design. T-spawn. Mit ner AWP, glaub ich. Ne, halt, Runde 2 kann nicht sein. Die haben ja verloren. Er ist auf jeden Fall am spawnen. Also hier ist die Bombe auch. Läuft. Ich bleib einfach auf dem Dach... Dachlein stehen. Aber ich geh aufs andere Dach, Alter. Wie so n Gauner spring ich rüber, wie so n Opossum. Der ist da drüben mit denen im Haus. WTF. Und ich hab einen besseren Gaming-PC. Ööööö. Gigi-Wippe... Gigi-Wippe? Okay, jetzt bin ich sowas von die ranks hier, meine Damen. Ich hab garmal zwei Kays, walla. Ich hab kein Kays! Okay, komm schon. Get it on. Give me the fucking ranks. Double Supreme. L.A.M. Kann so schlecht sein und L.A.M. sein, das gibt's doch gar nicht. Alter, ich verstehe nicht, wie die das... Die müssen ja durchgehend Glück gehabt haben beim Ranken, beim Aufranken.